weiter geht's ich hab die truhe gefunden schon wieder eine essensdose und dafür habe ich gesucht! verarschung naja jedenfalls mir ist wieder was eingefallen was es noch im dorf bakkus hätte machen sollen ich bin jetzt mal wieder faul zu gehen ich muss jetzt diese baumherzige flügel loswerden mach ich das jetzt einfach mal so da rein so irgendwo war das doch jemand der uns mit dem wein helft nee das war's nicht hey voll die mexicana sprungst du auch mal runter danke so hey tommy lange nicht gesehen was ist los du brauchst wein in ordnung solange der nicht für dich ist kannst du haben so viel du willst aber trink ihn ja nicht selbst junger mann ja der wein ist ja für diesen einen bastelfuzzi vom dorf der zivilisation ok kann ich hier den den ja super 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 män tu sen Gehen wir doch einfach mal jetzt zum Dorf der Zivilisation. Diese dummen Schweine. Irgendwann kriege ich noch die Kritze wegen denen. Diese Schweine sind auch überall. Naja. Ja, dafür braucht ihr den Wein. Okay, wo ist denn der? Wein! Lass uns saufen, ey. Boah, das ist der berühmte Wein aus dem Dorf Bakkus. Geheimrezept seit 14 Generationen. Solchen Wein macht heutzutage niemand mehr. Seewasser? Machst du Witze? Das ist erstklassiger Wein. Naja, ist ja egal. Ich werde sowieso nicht davon trinken. In Ordnung. Schauen wir mal. Das hier gehört dahin und das dahin. So, ich bin fertig. So, jetzt können wir den Foto vertreiben. So, ich muss los. Ich werde dieses Baby Probe fahren. Adios, amigo. Und weg ist er. Jetzt können wir mit dem Gogo Auto fahren. So, dazu werde ich noch mal kommen. So, wo wollte ich denn noch hin? So, wo ist er? Berg des Phönix. Ja, da gab es ja noch ein paar Schätze, die ergattet werden müssen. Hingis, Bums. Ich nur noch wüsste, wo genau. Das wäre perfekt. Wäre sehr perfekt gewesen. Wui! Bäm, verschwinde! Bäm, verschwinde! Bäm, verschwinde! Jedenkoll! Das ist ja... Bum! Der Fungattyp hier ist weg. Pisse, Pisse, Pisse! 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 Da war ja der Schatz! Ey! Böb, 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 nicht so hastig, Arschloch. Alright! Hakenchläger for the win! yes baby! ok so schwing 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 Zwei Leben. Wie geil. Der Eisenbummerang. Geile Waffe. Auch wenn ich den nicht benutze. Yes, Baby. Gab es hier nicht noch irgendwo was? Ich weiß es nicht mehr. Fagi kann mich an nichts mehr erinnern. Amnesianfall. Ja, da war doch was. Wusste ich doch. Signal Energie. Ich hab den nackt gemacht. Ich hab den nackt gemacht. Ich hab den nackt gemacht. Ach ja, und Lava-Höhlen. Da gab es ja keinen Schatz. Aber dafür etwa der Weg zum versteckten Dorf. Weil da muss ich nochmal wieder hin. Wisch. 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 Oh, wenn du. Doof, Mann. Ah, festgehangen. Okay. Vergessen, Sprung-Taste zu drücken. Boah, ey. So, na? Wir sehen den Vorschlägen in Norik wieder. Jan! Hallo, ich habe auf dich gewartet. Eben, wenn ich dich gesehen habe, habe ich versucht, mich von dir zu verstecken. Aber du hast mich jedes Mal gefunden. Es hat viel Spaß gemacht, mit dir zu spielen. Unsere Freundschaft zur Liebe gebe ich dir jetzt ein paar nützliche Informationen. Irgendwo gibt es einen Ort namens Blumenturm. Wo der ist? Das musst du selbst herausfinden. Ich habe aber gehört, dass du bestimmte Dinge tun musst, um ihn zu finden. Oh, bevor ich es vergesse. Hier ist ein Geschenk von mir. Du wirst es bestimmt gut gebrauchen können. Goldene Kugel. Okay. Dankeschön. Dankeschön, mein Herr. So, ähm. Ich habe ja schon drei Dinge. Drei. Fehlen ja noch zwei. Ähm. Wo gehen wir als nächstes hin? Wo gehen wir als nächstes hin? Ah, Pilzwald. Da gab es noch etwas. Ui, fliegen. 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 So, nämlich. Monsterjagd. Monsterjagd. Oh, mein Gott. Gelbe Bonsugi. Scheiße. Die sind wieder da. Die Qualmonster sind wieder da. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Ich hab den Tränenbecher! Yeah, jetzt kann ich Tränen sammeln! Geile Sache! Boom, ich kann die fertig machen, ey! Ich mach die so fertig, ey! Oh, wisse, wisse, wisse! Ich mach die so fertig, ey! Boom! Haha! In your face, fucking bitch! Boom! In your face! Ich hasse dich! So, irgendwo war da doch dieser Bereich, wisse denn? Ach, hier! Da läuft der Zwerg rum! Ich brauche Blumentränen, um damit den Brunnen der Barmherzigkeit wieder zu leben! Problem ist, dass ich nicht weiß, wo die Blumentränen sind! Tränen aus einer Blume! Boom! Ja, in your face, bitch! Naja, ähm... Dazu kommen wir gleich! Kurze Pause, dann geht's weiter! See ya guys! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!